Herzlich willkommen bei Kids Dream in Steffa, dem Kinderkleider- und Geschenkladen in der Region Zürichsee. Sie finden uns beim Bahnhof von der Bergstraße 2, gleich neben der Bahnhofunterführung im ehemaligen Gemeindehaus. Als Mutter von fünf erwachsenen Kindern verfügt die Geschäftsführerin über einen reichen Erfahrungswert. Diesen kann sie bei der Beratung und beim Einkauf des großen Sortiments an zweckmäßiger, lässiger, kindgerechter und qualitativ hochwertiger Baby- und Kindermode von Größe 44 bis 176 einbringen. Unser Schwergewicht liegt in der Outdoor-Bekleidung für Waldkindergarten sowie Spiel und Spaß bei jedem Wetter. In der Marke Reimer aus Finnland haben wir einen geeigneten Partner gefunden. Die Bekleidung trotzt jedem Wetter. Die Bekleidung trotzt jedem Wetter. Wir führen auch einen Online-Shop, wo Sie bequem von zu Hause aus einkaufen können. Bei allfälligen Fragen beraten wir Sie auch telefonisch. Mit Ihrem Einkauf helfen Sie mit, ein Hilfsprojekt in Rumänien zu unterstützen. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne. Ein Besuch lohnt sich bestimmt. Mit Ihren Einkauf Vielen Dank.